Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Bette Real zusammen mit Snugs. Hello, hello. Leute, wir zocken heute eine kleine, aber feine Challenge und zwar machen wir die Only Airdrop Challenge. Ja, ich habe diese Challenge schon mal gemacht, aber ich habe ein kleines bisschen verkackt, weil einfach bis, keine Ahnung, kurz vor der bewegenden Zone kam der erste Airdrop und heute machen wir sie nochmal und ich hoffe, wir bekommen gute Waffen und viele Airdrops. Ja, mal schauen. Bestimmt, bestimmt. Leute, wenn ihr Challenges feiert auf meinem Channel, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Meine Challenge für euch heute ist es, schafft ihr 8888 Daumen nach oben, dann gewinnt ihr nix. Aber dann habt ihr die Challenge bestanden. Leute, unser Ziel ist jetzt erstmal ein bisschen zu looten, würde ich sagen, ein bisschen Metz zu farmen. Looten, ne? Wir dürfen ja gar nicht looten. Metz looten und vielleicht einen Baller schnappen, damit wir so schnell wie es geht uns den nächsten Airdrop, beziehungsweise den ersten Airdrop grabben können. Okay, Chris, wann glaubst du kommt der erste Airdrop? Ich glaube, wenn die erste Zone movt, oder? Wenn sie beginnt zu moven oder wenn sie hinkommt? Achso, ist ja immer dasselbe, ne? In drei Minuten erst, meinst du? Glaube. Alter, Vater. Leute, erstmal hier Kiste kaputt machen, ne? Try-hard-Modus. Ich glaub, es ist schon früher. Ich glaub, es ist schon früher. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Leute, falls ihr da mehr wisst, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr eh nicht schon eine Challenge in die Kommentare geschrieben habt. Aber ich glaube, wir können ein bisschen vorspulen, weil hier ist auch keiner gelandet, oder? Nee, es gibt ja auch nichts, so wirklich, um Metz zu farmen. Ja, lass mal in den Wald da, oder? Okay. Leute, wir looten schnell. Wir sehen uns gleich. Wenn wir den ersten Airdrop erhört haben, alter, schau, schau, was hier Feines liegt. Tja, gib it nicht. Gib it nicht für mich. Nee, nee, darf ich nicht nehmen. Mm-mm. Ich hab 500 Metz. Ich warte, bis der scheiß Airdrop kommt. Könnte schon sein, dass du recht hast, ne? Sobald er beginnt, könnte schon einer kommen. Vielleicht Hälfte? I don't know. Aber, ne, Hälfte ist jetzt schon rum. Eine Minute noch. Eine Minute, halt eine Zeit vorher. Wir sind einfach Top 50. Easy. Hörst du auf zu farmen bei 500 Metz? Ja. Oh, hast du gehört? Ja, der Sound. Oh, genau in der Mitte? Halt dein Maul. Ey, wir haben so ein Pech. Okay, egal. Wir holen uns den. Chris, ich glaube an uns. Ich auch. Hoffentlich. Let's go. Wir holen uns den. Locker, locker, locker. Auch wenn wir unseren Ball dadurch verlieren. Oh, das Mobi. Komm, Mobi, dürfen wir nicht stehen lassen. Hallo, Mobi? Mobi, kannst du doch nicht einfach so stehen lassen, Chris. Ist nicht dein Ernst. No, Mobi. Na, mein Freund? Alles gut bei dir? Nicht, dass Mobi noch weinen. Uh. Komm, Mobi ist so ein Bonus-Loot. Das ist ja wie ein Airdrop, weißt du? Okay, let's go. Ich habe drei Minis und ein Big-Shield vom Mobi bekommen. Und ein bisschen Metz. Oh, richtig geil, weil jetzt haben wir wenigstens auch Munition, falls wir einen Loot bekommen. Nee, es ist noch keiner da. Ich bin jetzt beim Airdrop. Nice, nice, nice. Noch gleich da. Komm, bitte eine gute Waffe. Bitte, bitte, bitte. Na, so eine goldene MP. Goldene MP? Ja, ist doch nice. Soll ich dich spielen oder willst du? Von mir aus. Wie du willst. Nein, wir müssen nur irgendwie, dass der Ball noch nicht wegrollt, bitte. Ich halte ihn. Ähm, hier. Oh. Ehren, Chris. Sehr gerne. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe einen Trank. Willst du den haben? Nein, ich habe Minis. Und, äh, und, warte, du kriegst noch einen Mini von mir? Nein, nein, du hast ja erst mal den Biggie. Ich habe noch einen Biggie. Achso, okay. Nice. Ich habe halt diese, diese Sturm-Grenate. Ah, okay, okay. Ja, ich würde sagen, wir brauchen einfach noch einen zweiten, weißt du? Lass mal ein bisschen uns verstecken vielleicht, bis der zweite Airdrop runterkommt. Aber, ja. Stimmt, Leute. Wir dürfen nur Waffen benutzen, die wir in Airdrops finden. Erklärt sie ja normalerweise von selbst. Die No-Ey, die Only Airdrop Challenge. Und, äh, Schilder und, äh, Mads und so von Gegnern, wenn wir sie killen. Und Mobi. Hallo. Mobi ist einfach, äh, muss. Den kann man nicht stehen lassen, sonst ist er traurig. War Mobi? Er weint schon. Ja, ja, hat echt gesagt. Er weint dann wirklich. Der Arme. Komm, Airdrop Nummer zwei. Komm, runter. Los. Danke, Chris. Das ist korrekt. Holler, Leute. So, ich sag, der nächste Airdrop kommt genau hier. Meine Prediction. Fünf Jahre später. Die zwei Meister? Nee. Unsere zwei tapferen Streiter schauen fleißig auf die Map, um den sehr begehrten Airdrop zu erhaschen. Werden sie es schaffen oder nicht, sehen sie gleich. Schalten sie nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, snog sie und fix sie auf ihren Reißen, bis sie scheißen. Okay, komm, 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 komm. Okay, warte. Airdrop kommt in der Zone. Wir können schon mal in die Zone. Komm, der kommt immer in der Zone. Warte, wann kam der? Kam der jetzt kurz bevor? 50 Sekunden bevor waren noch auf der Uhr, glaube ich. Ich fliege ein bisschen um, Tilde drum. Alter, jetzt muss doch noch ein Airdrop kommen, Leute. Kann doch nicht wahr sein. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Drop, 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 drop. Warte. 50 Sekunden vor. Und? Nee. Ah, scheiße, ey. Komm, bei 30. Nee. Bei 20. Bei 15. Bei 10. Ich glaube, wir wollen es zu sehr. Schau mal, das kann doch nicht wahr sein, als ob hier keine Airdrops kommen. Hallo, Spiel Top 23. Das Spiel will mich schon wieder komplett verarschen, ey. Ohne Scheiß. Immer, wenn wir diese Challenge machen, oder beziehungsweise wenn ich diese Challenge mache, kommt hier kein Airdrop. Komm. Das sehe ich nicht. Airdrop, 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 Airdrop. Ich gehe töten. Oh, weißt du, was ich gefunden habe? Was? Goldenen Automaten. Nein. Was drin? Heaviesten Hype, ey. Ist die MP drin? Ja, auch. Dann nimm auch die MP. Nein, das geht nicht. Ja, aber wir müssen Kills machen, Chris. Das ist doch kacke. Es ist ja kein... Mann. Da kommt ja kein Airdrop runter. Was es so zufällig ist. Also wir hatten vorhin eine Runde gespielt, da waren zu der Zeit schon vier Airdrops oder so. Aber immer, wenn man sie braucht, kommen die natürlich nicht. Ich fliege ein bisschen um den Baum rum. Um, yeah, weil es macht mir Spaß, während wir auf ein Airdrop warten. Hier, oh mein Gott, zwei. Let's go. Oh, schnell, schnell, schnell. Komm, wir brauchen jetzt eine Waffe und dann let's go Kills, Alter. Aber sowas von. Ich will drufter. Wir brauchen Action. Meine Zuschauer brauchen Kills, damit sie pro Kill tausend Daumen nach oben geben können, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Okay, wir brauchen dann ziemlich viele Kills. Ja, tausend pro Daumen. Brauchen wir ja vier Kills? Dann haben wir schon vier tausend Daumen, weißt du. Schieß ihn runter. Ich hab genug Munition. Let's go. Ich geh gleich zum nächsten. Soll ich ihn dir runterfallen lassen? Kommt. Okay. Und? Oh, ein Schmacktag und diese krasse Waffe, die wir da eben hatten. Welche? Ich hab nur 36 Schuss damit. Welche krasse Waffe? Äh, die heißt das Infanteriegewehr, heißt die auch. Oh, nice, nice. Lol, der Airdrop ist einfach direkt neben dem anderen Airdrop, wo wir den ersten aufgemacht haben. Lol. Oh, Ska. Und? Nice. Ja, Mann, Killer. Okay, let's go. Wir können Kills machen. Willst du eine Ska haben? Ich brauche heute Rifles. Ja, ich spiele nur mit der Ska. Und du, dann mit dir auch. Genau, weil dann habe ich Spray und so Snipe-mäßig. Genau. Komm hier oben auf den Berg. Ja. Obwohl ich auch gut mit der Waffe bin. Also. Wenn du willst, kannst du auch die behalten. Ich habe nur 36 Schuss, deswegen mit der Ska. Aber ich habe nichts auf Range. Schau mal hier. Ja, ist doch voll gut auf Range. Ja, dann lass tauschen. Weil du bist safe besser mit der Ska, als ich... Ja, so. Ready. Alles klar. Der ist white. Der ist white. Hit. Push, push. 42er white. Ich habe hier einen Sturm. Oh nein, die ist gar nicht so weit flogen, wie ich wollte. Oh nein, die fliegt viel weiter. Egal, passt. Sorry. Die heilt sich gerade mit dem Splash-Ding. Die fliegt halt viel weiter. Leute, die wäre richtig kacke. Ja, ja. 44er hit white. Ich fahre von hinten ran. Ich habe... Hast du den gekillt? Nee. Nee. Unter mir ist auf jeden Fall Action irgendwo. Einer hat gerade einen anderen mit der Schaddi gekillt. Uff. Machst du das? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Die anderen kommen. Südosten, pass auf. Ich muss da kurz reinfahren, um mir die Metz holen. Ja, und Munition. 180. Schaden. Oh. Okay, nice one. Hast du? Hast du die Metz? Hier unten ist es. Ja, warte. Ich brauche die. Genau, danke. Okay, jetzt habe ich. Okay, let's go. Wo sind die? Einer ist da und der andere ist hier. Als ob er mich gesehen hat. Hab ihn. Nice. Der andere ist unter mir. Ein Hit von Salty. 80er Headshot. Hier. Oh mein Gott. Ich schieße die Wand kaputt. Okay, der ist schon weg. Gibt es noch einen Airdrop? Du darfst noch die Waffe benutzen, ne? Ist gar. Ja, ich habe auch noch die Waffe. Brauchst du Munition? Ne, ich habe genug. Ich habe hier ein bisschen. 500? Okay. 500. Dann kriegst du nicht mehr von mir. Ich habe noch Minis, sechs Stück und Bandis. Und noch einen Clip-Track. Uff, alter. Ich habe gedacht, die Runde ist Schrib. Ich habe voll gesniped. Ich darf meinen Track-Track muss. Ah, er hat Zone. Boah, er ist nicht schlecht im Snappen. Der ist Solo, aber. Nice, nice. Ah, schade. Ich hätte von der ganz anderen Seite abgeschossen. Nein. Über uns. Hat einen Hit. Da wollte ich gerade einen Mini ziehen. Er hat auf jeden Fall... Oben ist er. Hit. Noch ein Hit. Ist weit. Fällt runter. Wo ist er? Hab ihn. Boah, ich habe ihn nicht gesehen gehabt. Nein, ich noch mal Minis. Oh, Chris, wir schaffen das, Alter. Wir schaffen diesen Challenge, Alter. Oh, Mann. Nice. Ich habe noch ein Launchpad, oder? Luftröhre ist aus. Ich habe auch noch ein Launchpad, zur Not. Weißt du, wo die sind? Oben, oder? Ich glaube, oben drauf wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Okay. Waren wir links? Einer links, einer rechts? Ja, das wir halten nicht so. Was haben die sich denn für die Burg gebaut? Siehst du die? Ich glaube, da sind die. Ah, ja. Lol. Ganz oben, oder? Hier kommt ein Airdrop runter. Nice, Mann. Aber leider. Wir müssen den Händen ein bisschen pressern. Ja, warte. Ich gehe zum Airdrop hin. Okay, dann mache ich bitte den Druck, okay? Ja, jetzt. Okay, ich hätte den Airdrop. Kannst du mit runterschießen? Oder ich habe schon. Nice. Okay, ich bin gespannt, was ich drin habe. Minigun. Und Stinker. Stinker. Hier, ich haue auch mal einen rein. Fünf, zwei, drei, vier Ticks hat er. Ich pushe da über die Seite, okay? Beide kriegen Damage. Oh, hier bin ich so gelasert. Oh mein Gott. Der andere hat mich gelasert, aber egal. Alles gut. Und du kannst pushen. Er ist so schlecht. Nice one. Let's go. Alter. Mit Chris zusammen. The only Airdrop Challenge. Let's go. So kam endlich noch einen gehobelt. Nice one. Leute, ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lasst natürlich immer gerne ein Däumelein nach oben da. Das wäre ein Träubchen. Ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Schaut doch bei Snogs vorbei. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, danke fürs Zugucken. Du hast die letzten Worte, Chris. Bis dann. Credit Code Fix. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020